hallo und herzlich willkommen liebe leute einen wunderschönen heilig abend wünsche ich euch wenn ihr dieses video seht es kommt auf jeden fall am 24 raus von dem her wünsche ich euch dass alle eure wünsche in erfüllung gehen toll gut wir starten mit dem größten wunsch wahrscheinlich von allen nämlich dem recap von dieser woche folge 283 es geht los mit ls episode 18 von dem release let's play warum release let's play warum kam das erst zu spät ja das hatte irgendwie sie ein bisschen verflochten am anfang wollte ich ursprünglich ja wieder live streams machen als quasi ls rauskam es ist aber so dass ich das spiel zweimal gekauft habe auch zweimal den season pass 1 gekauft habe mir auch zweimal den season pass 2 kaufen wert weil warum habe ich das alles zweimal weil ich den server als selber host also ich mache quasi den server von ls selber auf meinem zweiten rechner und da gab es am anfang ziemlich große probleme alle paar stunden ist der server wieder abgeschmiert und so weiter bis wir das dann alles herausgefunden haben ihr wisst es selber wie es ist ein spiel am anfang ist nie gut auch nie komplett fertig aber ls hat beim 22 gab wirklich teilweise echt die alles andere übertrumpft es war nicht so schön deswegen sieht das sieht man auch noch relativ teilweise in diesem let's play wie viele fehler das spiel eigentlich am anfang hatte teilweise auch gravierende fehler ich sage nur ich glaube da sind wir noch gar nicht so weit aber am anfang wenn du aufträge angenommen hattest dann gab es manchmal den fall dass du die aufträge nicht abschließen konntest weil du kein geld bekommen hast wenn du es abgekippt hast das ist war vogelwelt also gefühlt hat keiner das spiel getestet bevor es rauskam i don't know genau das dazu aber ja auf jeden fall ein schönes let's play geworden 18 episoden sind schon raus wir haben auf jeden fall noch einige weitere und ich bin gerade dabei season 3 in ls aufzunehmen auf der platinum editions map das heißt wir haben auf jeden fall etliche folgen und etlichen scheiß ich vielleicht muss ich sogar zwei farming simulator let's plays nebenbei laufen lassen dann ich weiß nicht wann oder wie ich das sonst fertig bringen soll denn wenn nächstes jahr im herbst dann nämlich das nächste die nächste map rauskommt dann würde theoretisch erst das let's play zum platinum edition rauskommen i don't know i don't know wir werden sehen trackmania nations forever episode 45 auch da sind wir bald durch 15 episoden sind es noch i don't know what der shit einem sollen bringen dann da an diesem tag ich muss jetzt echt dann mal wieder schauen vielleicht mal wieder ein paar indie games auspacken oder so die ich dann mal so nebenbei let's play werden vielleicht starten wir mit der zweiten staffel oder nicht zweiten staffel sondern mit ähm dead space 2 durch i don't know das wäre theoretisch eine option dass wir vielleicht ls auf dem montag legen und sonntags dann dead space 2 bringen das war ja eigentlich glaube ich bin mir ziemlich sicher dass das 1 war vor ls nämlich das let's play und von dem her oder war da zwischendrin ich bin mir gerade gar nicht sicher vielleicht war sogar zwischendrin auch noch was anders kann ich das hier nicht ungefähr relativ easy nachschauen wo komme ich denn auf meine ach ja das haben sie jetzt hier oben hingelegt playlist schauen wir mal ob ich das hier sehen kann nee wir hatten dann zwischendrin noch spec ops ist das ding schon wieder wieso werden mir hier nicht alle angezeigt das soll nur zehn stück ist nach reihenfolge dritter vierter das ist das heißt dead space ist tatsächlich dann noch gar nicht so lang her aber bis das dann aus ist ich glaube dass wir den zweiten dead space teil dann bringen werden und ls auf montag legen werden das schaut mir vernünftig aus ikarus das begleitet uns auch noch ein bisschen bis nächstes jahr sommer ungefähr kann ich euch schon mal sagen better together episode 4 wir werden einfach schauen was uns das erwartet war auf jeden fall ein ganz cooles game würde ich euch empfehlen da ab und zu mal reinzuschauen rocket league 158 20 minuten muss man schauen ist ries schon online ries noch nicht online jojo ist abwesend das heißt aktuell keiner dazu für rocket aber auch da wird es weitergehen das heißt 158 episode ist krass wie lang es das ding schon gibt wenn man überlegt ungefähr mehr als die hälfte sind auf jeden fall rocket league videos denn bad time war ja am anfang auch call of duty monopho 2 das hat ja jetzt aktuell seinen eigenen stand wir sind bin ich da richtig habe ich da irgendwie 48 49 49 50 sind wir schon bei episode das kann doch nicht sein wir sind schon bei episode 51 habe ich da irgendwie also gefühlt kommt mir das gerade so vor als hätte ich irgendwann mal 20 episoden vergessen hochzuladen i don't know i really don't know aber es fühlt sich gerade so an das kann doch nicht sein dass das jetzt dann schon bald ein jahr läuft das projekt läuft das schon so lang echt jetzt ich bin gerade echt verwirrt vor elf monaten kam die erste folge das tatsächlich ach du scheiße ja gut das ist gerade echt vollkommen überraschend für mich wenn wir da schon bei episode 51 sind dann sind wir auch da nicht mehr als weit davon entfernt dass wir dieses projekt abschließen denn das ding heißt der road to commander das heißt zehnmal prestig aber leider kommt es halt doch dann anders als man denkt wir werden sehen was ich genau damit meine von dem her auf jeden fall dranbleiben lohnt sich und ja es lohnt sich auch auf jeden fall morgen wieder einzuschalten in diesem sinne wünsche ich euch wie gesagt noch ein schönes weihnachtsfest bei uns schneidsgrad fleißig zumindest an dem tag wo ich das hier aufnehme und ja in diesem sinne danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal